Hallo, in diesem Video möchte ich mal ein kleines How-Not-To machen. Ich möchte Ihnen nicht zeigen und demonstrieren, wie man einen Resonanz-Schwingkreis, einen reinen Resonanzkreis am besten nicht simuliert. Und natürlich am Ende trotzdem zeigen, wie man es irgendwie richtig macht oder wie man es vielleicht besser machen kann. Das Video bezieht sich auf eine Frage, die ein Student mir geschickt hat. Nämlich mir zwei Dateien geschickt. Einmal eine MLX-Datei, ein MATLAB-Live-Script. Und das sieht so aus. Und dazu noch eine Simulink- oder Simscape-Datei. Die sieht so aus. Hier sieht man auch schon mal diesen reinen Resonanzkreis. Also das hier ist die Spannungsquelle. Dann haben wir einen Widerstand, eine Induktivität und eine Kapazität in Reihe. Jeweils so einen Voltmeter da drüber mit so einer Oslo-Skop-Funktion, wo man dann die Spannung messen kann. Und hier unten gibt es praktisch die Anregung, eine sinusförmige Spannung mit einer bestimmten Frequenz. Die wird dann hier noch irgendwie mal 2Pi gerechnet. Es gibt eine Masse. Und hier oben steht das Ganze so in 0,6 Sekunden simulieren. So, und jetzt wechsle ich mal wieder zurück in dieses Skript. Und wir schauen mal kurz hier rein, was hier steht. Also hier werden die Werte von R, L und C festgelegt. Eine Quellspannung von der Amplitude her. Ein Frequenzbereich. Und ein Vektor für die Spannung über der Kapazität, die soll nämlich bestimmt werden, wird mal auf 0 zurückgesetzt. Und dann läuft eine Schleife über diese Frequenzen. In jedem Schleifendurchlauf wird dieser Resonanzkreis eben simuliert oder soll simuliert werden. Dann soll die maximale Spannung über der Kapazität bestimmt werden, gespeichert werden und soll ausgegeben werden am Ende. Und ich klicke jetzt erst mal kurz auf Run in der Erwartung, dass das eigentlich schon mal irgendwie nicht funktioniert oder nicht sinnvoll funktioniert. Und dann läuft diese Simulation hoffentlich schon mal los. Naja, und dann eigentlich auch nicht so richtig, weil hier schon mal steht, okay, dieser Name Out C, der hier rauskommt in der Zeile hier, den gibt es auf jeden Fall schon mal irgendwie nicht. Naja, gut, okay. Okay, also wenn man jetzt so wie ich erst mal keine Ahnung hat von Simulink und keine Ahnung davon, wie das hier mit diesem ominösen Simscape funktioniert, was macht man? Man nimmt erst mal ein Tool, was man kennt. Man nimmt LTSpice. So, also suchen wir mal LTSpice raus. Das habe ich schon mal hier. Klicke mal auf irgendwie ein neues Schaltbild. Jetzt baue ich das einfach nach. Also ich weiß natürlich, wie ein reinen Resonanzkreis aussieht. Da brauche ich nicht diese Vorlage. Ich suche mir hier eine Spannungsquelle. Die gibt es bei Voltage. Ich packe die mal hier so hin. Und dann nehme ich mir einen Widerstand, drehe den dreimal mit STRG R, nehme mir eine Induktivität, drehe die auch dreimal mit STRG R, packe die da hin. Mit Escape geht es immer wieder aus diesem Malenmodus raus. Und ich nehme die Kapazität und packe die hier hinten hin. Und ich brauche definitiv noch einen Masseknoten. Den packe ich mal hier unten hin. Mit dem Wire Tool kann ich das jetzt alles ganz wunderbar verdrahten. und da eine Masche draus bauen, die dann hier vorne geschlossen ist und schließe noch den Masseknoten an. Und jetzt beschrifte ich mal hier noch ein paar Knoten. Ich nenne den Knoten hier hinten, den Knoten UC. Und ich nenne mal den Knoten hier vorne, da wo die Quelle angeschlossen ist, UQ. Der sollte natürlich einfach 10 Volt sein. Das ist unsere Quellspannung. So, und jetzt brauchen die Bauelemente natürlich alle Werte. Also die Quelle habe ich mir mal gemerkt, das sollten 10 Volt sein. Die darf ich jetzt aber nicht bei dem Gleichspannungswert eintragen, sondern bei der AC Amplitude. So, und jetzt mache ich das mal hier so ein bisschen kleiner und suche mal das andere Fensterchen. Das ist das hier. Und da stehen die Werte. Und jetzt ist es natürlich eigentlich schlau, hier zu schauen, okay, was steht hier hinter so. Also das sollen 52 Milliohm sein. Okay, also schauen wir mal 52 Milliohm. Dann die Induktivität sollen 4,4 Millihenry sein. Also das passt ja auch. Das sind 52 Milliohm, das sind 4,4 Milliohm in Grundeinheiten. Hier gibt es einen standardmäßigen Serienwiderstand in LTSpice von einem Milliohm. Den schalte ich mal aus, weil der natürlich zu den 52 hier schon einen gewissen Einfluss hätte. So, und dann schauen wir hier, okay, das sollen 3 Milliohm, ja, Coulomb ist natürlich schon falsch. Also irgendwie erster Fehler hier, das Coulomb, was da mal stand, das muss ein Farad sein. Also 3 Milliohm, 3 Milliohm Verrat. Und dann stellt man fest, uh, das hier sind aber nicht 3 Milliohm, das sind 0,3 Milliohm, die hier stehen. Jetzt natürlich die Frage, was hat der Student, die Studentin gemeint? Also ich würde ja wahrscheinlich eher den Werten hinten trauen, auch wenn hier die Einheit falsch war. Es ist sowieso so ein bisschen müßig, das in MATLAB jetzt so zu schreiben, mit diesen Nullen, die man erzählen muss. Also wenn man Millie meint, würde ich E minus 3 schreiben, für 10 hoch minus 3. Hier genauso 4,4. E minus 3, dann sind es definitiv Millie und hier lieber eben auch 3E minus 3. Also 3 Millieverrat und nicht 0,3 Millieverrat. So, und dann können wir das mal in diesem angegebenen Frequenzbereich hier simulieren, von, ähm, 36 Hertz bis 61 Hertz mit dem Simulieren-Männchen hier. Und jetzt kann man hier AC Analyzes, den Frequenz-Sweep einstellen und ich nehme mal einen linearen, genauso wie das hier passiert, mit, ähm, naja, weiß nicht, irgendwie 100 Punkten. Also ich könnte jetzt natürlich genau das Raster, gleiche Raster nehmen wie hier. Ich nehme mal ein paar mehr und sage als Startfrequenz eben 36, als Stopfrequenz 61. Klicke auf OK und klicke auf Run und kann mir jetzt die Spannung über dem Kondensator anschauen. Und dann sieht man schon, okay, hier kommt eine Resonanzkurve raus, so wie man das vielleicht auch erwarten würde. Für so einen Resonanzkreis als zumindest wenn die Resonanzfrequenz innerhalb dieses Frequenzbereichs liegt, auf den wir hier schauen. Ähm, ich kann mal hier mit dem Häkchen das auf normale Spannungswerte umschalten und, ja, dann sieht das eigentlich im Prinzip schon mal gar nicht so verkehrt aus. Jetzt kann man mal so einen kurzen Test machen. Also wenn ich hier 0,3 Millie hinschreibe, so wie das vorher hier oben stand, dann, und nochmal auf Simulieren klicke, dann sieht man überhaupt nicht, gar keine Resonanz. Also wahrscheinlich sind da nicht 0,3 Millie gemeint, sondern 3 Millie. Und die Frage, die der Student auch dazu gestellt hat, war irgendwie, bei mir kommt da nichts raus und die Werte ändern sich nicht. Irgendwie ist das komisch, ob ich mir das mal anschauen kann. So, also hier, das sieht ja jetzt erstmal irgendwie schon mal ganz nett aus, dass die Spannung über der Kapazität diese Resonanz hat. Jetzt kann man natürlich mal in MATLAB hier zurückgehen und wir haben jetzt hier schon Werte von R, L und C eingetragen. Das C ist noch zu klein. Also gehe ich mal nochmal in das Skript, lasse das mal nochmal laufen, bis das wieder auf diese gleiche Fehlermeldung führt. Und dann sollten wir hier drüben jetzt auch aus den, genau, dann werden aus den 0,3 Millie 3 Millie. Jetzt kann man natürlich mal eine Resonanzfrequenz ausrechnen. Das ist 1 durch die Wurzel von L mal C. Und wenn man diese Resonanzfrequenz, diese Resonanzkreisfrequenz durch 2 und durch Pi rechnet, dann sollte da auch eine normale Frequenz rauskommen in Hertz. Also das ist das Ergebnis in 1 durch Sekunde oder Radiant pro Sekunde. Das ist das Ergebnis in Hertz. 43,8 Hertz. Und kurz geschaut, hier einen Marker draufgepackt, den Marker mal hier in Richtung dieses Maximums geschoben. Und dann ist das Markerfensterchen hier dummerweise auf dem anderen Bildschirm gelandet. Aber hier sieht man 43,8 Hertz. Das passt schon mal ganz gut. So, und jetzt kann man natürlich genauso hier noch eine Güte ausrechnen. Dafür braucht man natürlich die Formel von der Güte. Die ist für den Reihenschwingkreis 1 durch R mal die Wurzel von L durch C. Und dann kommen da 23 raus. Dann kann man noch so rechnen, okay, es gibt so etwas wie eine relative Bandbreite. Das ist einfach 1 durch die Güte. Das ist dann 0,04, 4 Prozent oder 4,3 Prozent. Und jetzt kann man noch eine frequenzbezogene Bandbreite, eine absolute Bandbreite ausrechnen. Die ist einfach die relative Bandbreite mal die Resonanzfrequenz. Und dann kriegt man eine Bandbreite raus in Hertz. Und innerhalb dieser Bandbreite sollte jetzt die Amplitude der Spannung über der Kapazität und so irgendwie auf 1 durch Wurzel 2 abfallen. Also innerhalb von ein paar Hertz. 1,9 Hertz ungefähr sollte sich das hier alles bewegen. Und jetzt kann man gucken. Also hier haben wir so einen Maximalwert von 230. Irgendwie das durch Wurzel 2. Schwer zu rechnen im Kopf. Kann man irgendwie kurz machen. Also 230 durch Wurzel 2 sind irgendwie 162. Also wenn ich jetzt hier so zur Seite gehe mit meinem Cursor und bei 162 lande, das ist ungefähr hier. Ja, hier haben wir jetzt 163. Dann sollte ich so ein Prinzip die Hälfte von meiner Bandbreite off sein. Also so die Bandbreite waren. Die ganze Bandbreite von hier nach hier sollten ungefähr 2 Hertz sein. Jetzt bin ich eben 1 Hertz entfernt. Also von hier waren 43,8. Hier sind 42,8. Also das, was wir hier simuliert haben. Ich kann mal noch zum Vergleich natürlich jetzt die Quellspannung plotten. Die sollten, das sollten konstant 10 Volt sein. Das passt auch hier. Also auch wenn man das auf der Skala nicht so richtig gut sieht. Kann ich auch mal Cursor drauflegen. Also das sind 10 Volt glatt und die bleibt natürlich konstant. Also das ist jetzt das, was man rausbekommen möchte eigentlich. Und das kommt auch raus, wenn man das in LTSpice rechnet. So schön, so gut. Jetzt kann man natürlich hier so ein bisschen einfach sein Grundlagenwissen aus der Elektrotechnik zweites Semester draufwerfen und sagen, Moment, das kann auch gar nicht so wahnsinnig schwer sein, das jetzt ohne LTSpice zu rechnen, wenn ich einfach die Spannung hier über den Kondensator wissen will. Also der Kondensator ist ein bisschen hinter meinem Kopf verborgen. Also die Spannung hinter diesem Kondensator oder ich kann, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier verschoben bekomme, aber ich möchte jetzt die Spannung über diesem Kondensator hier haben. Die kann ich auch einfach mit einem komplexen Spannungsteiler ausrechnen. Also schreibe ich mal aus den Frequenzen, die habe ich ja hier, die Fs in der Simulation von 36 bis 61. Daraus mache ich jetzt mal Kreisfrequenzen, Omegas und die sind einfach Fs mal 2 mal Pi. Frequenz mal 2 mal Pi ergibt Kreisfrequenz in Radiant pro Sekunde. Und jetzt kann ich natürlich eine Impedanz von der Induktivität ausrechnen, das ist einfach J mal diese Omegas mal L. Dann kriege ich 26 Werte für die Impedanz der Induktivität raus. Die ist natürlich rein komplexwertig und steigt an über der Frequenz. Und genauso kann ich eine Impedanz der Kapazität ausrechnen aus 1 durch J Omega C. Und wenn ich da jetzt Enter drücke, dann funktioniert das nicht, weil das ja hier ein Vektor ist. Ich kann nicht 1 durch den Vektor rechnen. Ich möchte auch nicht 1 durch den Vektor rechnen. Ich möchte elementweise 1 durch jedes Element von diesem Vektor rechnen. Diese elementweise Division und Multiplikation kriegt man mit einem Punkt hin und dann kommt da auch eine Impedanz für die Kapazität raus. Die ist auch rein imaginär und die sinkt eben mit steigender Frequenz genau wie man das erwarten würde. Und jetzt kann ich die Spannung UC ausrechnen, indem ich einen Spannungsteiler nutze und der Spannungsteiler sagt, ich brauche jetzt, hier ist mein AT-SPICE, hier ist der, hier ist die Kapazität, also ich brauche jetzt als Teilspannung hier, wenn ich diese Teilspannung haben will, brauche ich die Teilimpedanz geteilt durch die Gesamtimpedanz dieser Schaltung mal die Gesamtspannung. Also ZC, das ist die Teilimpedanz durch R plus ZL plus ZC, das ist die Gesamtimpedanz mal U und U ist, genau, U ist die Quellspannung und auch hier muss ich wieder so einen Punkt nehmen, weil ich das elementweise dividieren möchte und dann sollte ich 26 Werte für die Spannung über der Kapazität rausbekommen, die sind natürlich auch komplexwertig und jetzt kann ich die mal plotten, also in Abhängigkeit von der Frequenz oder von den Fs plotte ich jetzt den Betrag dieser Spannung über den Kondensator und dann kommt ein Diagramm raus, das ist ja auf dem anderen Bildschirm erschienen, das sieht so aus, jetzt können wir nochmal rüberschauen, also hier sieht das ein ganz bisschen anders aus, warum ist das so, naja, weil in dem LTSpice, also erstmal habe ich hier mehr Punkte benutzt, deswegen wirkt das so ein bisschen glatter und hier ist die Amplitudenachse, die ist logarithmisch skaliert und die Frequenzachse ist linear, so wie hier drüben, also will ich vielleicht lieber ein Semi Log Y haben, eine logarithmisch skalierte Y-Achse und dann schreibe ich mal noch hin, weil ich ordentlich und gewissenhaft bin, also da unten steht die Frequenz in Hertz und an der Y-Achse steht die Spannung UC oder der Betrag dieser Spannung genauer genommen in Volt in Volt so und dann kann man vielleicht noch einen Gitternetz hinzufügen und dann sieht das Diagramm so aus und in LTSpice sieht das Diagramm so aus und wenn ich die jetzt mal so ungefähr auf die gleiche Größe nebeneinander packe, dann sieht man, dass das schon in die richtige Richtung geht, also das, was mir jetzt in Matlab noch zu meinem Glück fehlt, ist, ich bräuchte ein paar mehr Werte, ja, also ich könnte mal anstatt dem FS ich hole mir das mal hier aus dem Skript, also anstatt dass ich das in 1 Hertz Schritten mache, könnte ich das mal in 0,1 Hertz Schritten machen, dann wird es ein bisschen feiner, dann muss ich natürlich nochmal diese ganzen Omegas ausrechnen, muss nochmal alle ZLs ausrechnen, nochmal alle ZCs ausrechnen und ich muss nochmal meinen Spannungsteiler ausrechnen, ich gebe jetzt unter Drücke mal immer mit einem Semikolon die Ausgabe und dann muss ich das nochmal neu plotten und nochmal hier meine Achsenbeschriften und ein Gitternetz hinzufügen und dann sieht mein Diagramm in MATLAB so aus und das Diagramm in LTSpice so aus und dann sieht man dass das schon ziemlich gut in die gleiche Richtung geht, ja, also das startet hier vorne eben, kann ja mal hier nochmal einen Marker drauflegen und den hier in die Resonanz packen und hier einen Datenpunkt drauf machen dann sieht man dass die Werte ziemlich gut übereinstimmen und kann mal hier auf den ersten Wert in dem Diagramm plotten bei 36 Hertz dann starten wir ungefähr mit 30 Volt und ich kann mal hier noch den letzten Wert mir anschauen und hier das den Cursor auf die andere Seite rüberfahren mit den Cursortasten bei 61 Hertz dann mal bei 10,67 da sieht man das passt ja auf heller und fällig überein ok so wenn man ehrlich ist ist die Aufgabe damit gelöst und zwar ohne jetzt hier irgendwie Simulink blablub und irgendwelchen Simscape Kram aber naja man kann das natürlich jetzt mal in Simscape probieren ist ja vielleicht auch ein ganz edukatives Beispiel bevor ich das jetzt mache kurze Erklärung warum ich das im Grunde trotzdem für großen Quatsch halte das zu tun und zwar naja was haben wir hier wir haben es mit einem Resonanzkreis zu tun und so richtig habe ich aus dem Studenten natürlich leider nicht rausbekommen was jetzt die originäre Aufgabe war aber wenn die originäre Aufgabe war eben den eingeschwungenen Zustand die Resonanzüberhöhung an dem Kondensator der Kondensatorspannung im eingeschwungenen Zustand zu simulieren ja dann ist genau das was wir hier in LTSpice machen indem wir im Frequenzbereich rechnen genau die richtige Lösung hier wird nur der eingeschwungene Zustand betrachtet mit komplexen Zeigern das ist genau das gleiche was ich jetzt hier in MATLAB gemacht habe hier mit dem komplexen Spannungsteiler komplexe Impedanzen wir schauen uns nur den eingeschwungenen Zustand an so dieses Simulink hier das kann aber nicht im Frequenzbereich rechnen das weiß auch nichts von komplexen Zeigern und komplexen Zahlen zumindest soweit ich weiß dieses Simulink rechnet immer im Zeitbereich das ist total toll für das was man hier sonst so machen möchte vielleicht irgendwie Regelkreise sich anschauen und eben komplexe Systeme betrachten wo insbesondere vielleicht auch Nicht-Linearitäten drin vorkommen weil das was wir jetzt wieder nochmal zurück in LTSpice machen und das was wir hier mit dem komplexen Spannungsteiler gemacht haben das funktioniert natürlich nur so lange wie die Schaltung eine lineare Schaltung ist ist da irgendwo ein Transistor irgendwo eine Diode drin dann funktioniert es nicht mehr oder ich muss die zittert so also das hier macht das im Zeitbereich und das heißt ich muss ziemlich viele Zeitschritte simulieren und ich muss auch lange warten bis das jetzt irgendwie eingeschwungen ist und dann muss ich mir irgendwie diese Lösung raus pokkeln so also schauen wir uns das mal an jetzt muss ich zurück gehen zu dem Skript jetzt müssen wir natürlich erstmal über diese Fehlermeldung hier nachdenken also irgendwie sagt animal to resolve the name und also hier hier ruft die Simulation auf dann kommt irgendwas aus der Simulation raus und dann macht sie nicht weiter an der Stelle also ich lasse das jetzt nochmal laufen und dann kommt sollte nach kurzer Zeit irgendwie diese Fehlermeldung aufpoppen genau und irgendwie gibt es dieses Out nicht und wenn man jetzt mal in das Modell reinguckt hier wird aber irgendwas in Out geschrieben to Workspace naja und wenn man dann aber mal im MATLAB schaut hier in dem Workspace da kommt eben kein Out an was es aber gibt ist ein ANS also das Ergebnis dieser Simulation wird in eine Variable Answer oder ANS geschrieben und da steht irgendwas da steht irgendwie ein Simulation Output drin also ich kann jetzt mal in dieses ANS reinschauen ach und siehe da okay da gibt es ein da gibt es ein UC so also wenn ich jetzt in dem Live Skript hier sage das Ergebnis was hier rauskommt das soll er eben nicht in die standardmäßige Answer Variable schreiben sondern bitte nach Out dann werde ich hier auch drauf zugreifen können so also das schreit nach einem Test probiere es mal aus feuerfrei so und jetzt macht es hier was ich mache das mal wieder ein bisschen größer und rechnet eben also irgendwie jetzt so diese Frequenzen aus und sagt für die Frequenz 36 kommt da eine Spannung raus und da kommt eine weitere Spannung raus jetzt kann man das mal mit den LTSpice Werten hier vergleichen und stellt fest das stimmt nicht so richtig weil wir haben ja mit so dann sollte das hoch gehen und irgendwie wieder runter und also das scheint funktioniert irgendwie alles vorne und hinten nicht so richtig also da kommt was Konstantes raus obwohl sich das natürlich über der Frequenz ändern sollte so jetzt muss man mal hier so ein bisschen auf die Fehlersuche gehen und für die Fehlersuche halte ich waren jetzt ungefähr bei 50 Hertz so jetzt können wir hier mal versuchen rein zu schauen was hier passiert und ich habe das jetzt hier auf diesem Rechner noch nicht ausprobiert hatte das nur mal auf einem anderen also eigentlich möchte ich jetzt ein Osloskop öffnen und in dem Osloskop mir die Werte der aktuellen Simulation anschauen so und das Osloskop ist jetzt hier zu sehen und das ist jetzt noch nicht vollständig fertig simuliert also hier unten sind jetzt irgendwie die 0,6 Sekunden die wir komplett eingestellt haben man muss sich hier so ein bisschen reinschauen also mit 2 mal Pi durch Freck also soweit ich also das geht in 3 scopes rein und dann haben wir eben diese scopes für ur ul und uc also das ist uc das ist ul das ist ur und in jedem taucht auch diese Quellspannung auf so und jetzt kann man erst mal gucken naja erscheint das plausibel was hier passiert also ich glaube das schlimme ist immer wenn man jetzt solche skripte benutzt und keine nicht so wirklich Ahnung hat was man da tut was ja auch vielleicht am Anfang total okay ist dann ist das eine blackbox hier rufe ich diese Simulation auf und da kann ich noch in diese Simulation reingucken okay da ist dieser Schwingkreis und da muss ich nochmal wo reinschauen und da ist ein Scope da passiert was so und eigentlich muss man sich das hier ganz genau anschauen das machen wir jetzt und auch uns überlegen ist das sinnvoll an dieser Stelle und dann stellt man fest so cool und sinnvoll ist das nicht weil also die Amplitude die Quellspannung hier die ist irgendwie zu groß also das haben wir eingestellt 10 Volt und wenn man sich das jetzt anguckt sind das irgendwie 60 ich kann mal hier so versuchen irgendwie so einen Marker dahin zu schieben gucken dann sieht man hier oben irgendwelche Werte sieht man die so richtig nicht weiß nicht doch 8 57 kann ja nicht sein aktualisieren sich denn die Marker jetzt achso weil der auf der Kurve 1 ist und nicht auf der Kurve 2 also das sind die 5 Volt von hier unten und nicht die 5 Volt von der ersten Kurve egal aber man sieht das sind irgendwie so ein bisschen mehr Modell gedacht hat und gemacht hat ist ich glaube die Person wollte die Frequenz nehmen und die Frequenz mal 2 mal Pi rechnen damit eine Kreisfrequenz rausgeht und das als Frequenz auch wieder reinspeisen das was Simulink jetzt gemacht hat ist naja es hat die Amplitude genommen und die Amplitude mal 2 Pi gerechnet ich will nichts an diesem Simulink Modell ändern weil ich von Simulink keine Ahnung habe deswegen rechnen dann sollte es größer werden so ich klicke mal kurz auf Run und dann können wir uns das mal hoffentlich hier anschauen und dann sehen wir okay jetzt ist es schon mal kleiner das sieht schon mal ganz nett aus ich halte das mal wieder an muss das mal in so einem richtigen Moment anhalten also noch mal hier kurz gucken so wo ist mein Live Editor Skript den mache ich jetzt mal ein bisschen kleiner also dass ich das so anhalte dass wir mehrere von diesen kurven sehen so ich klicke mal auf stopp jetzt so wunderbar also amplitude passt jetzt das sind 10 Volt wenn ich das noch mal hier drauf schiebe ich glaube ich bin immer noch auf der Kurve 1 aber Trace Selection hier kann ich irgendwie so bei einer Anfangsfrequenz ich kann noch mal in die in die Ausgabe reinschauen die war hier also wir waren jetzt bei 37 Hertz ja und haben jetzt wahrscheinlich gerade die 38 Hertz simuliert und gucken mal also die Frequenz von der Quellspannung die wird jetzt hier angezeigt als so ein Delta Marker 1 durch Delta T den Abstand zwischen den Markern ergibt 6 Hertz 6 Hertz ist ja ein bisschen komisch wir wollten noch irgendwie 38 haben wie kommt das denn jetzt naja dumme Sache weil offensichtlich hier die Frequenz die hier gesetzt werden soll das muss eine Kreisfrequenz sein setz die Angular Frequency müsste hier mal stehen und also die Frequenz aus unserem Frequenzvektor hier die müssten wir jetzt mal 2 mal Pi rechnen und das in das Modell einspeisen und ich glaube den also die Anzahl der Fehler muss immer gerade sein in dem Fall hebt sich trotzdem nicht auf also ich glaube das hat der Ersteller die Erstellerin des Modells hier versucht zu kompensieren mit dem 2 mal Pi aber das hat das 2 mal Pi für die Amplitude umgesetzt nicht für die Frequenz so ok also wir machen aus der Frequenz eine Kreisfrequenz und das muss eigentlich eine Kreisfrequenz sein die wir in das Modell einspeisen also nochmal auf Run klicken und dann läuft das wieder so durch und dann stellt man fest ok jetzt stimmt das jetzt scheint das schon mal mit der Frequenz zu stimmen ich kann nochmal hier so einen Marker ranpacken also jetzt läuft das für die verschiedenen Frequenzen durch die Zeit muss ich jetzt mal warten wer das selbst macht stellt fest jetzt heult der Lüfter des Computers ein bisschen auf weil der sich jetzt wirklich anstrengt aber hier kommt jetzt in 30 Hertz raus das passt ganz gut und jetzt mache ich mal dieses Fenster zu weil ich hoffe dass die Simulation da ein bisschen schneller läuft ich lasse das mal noch offen damit man sich mal anschauen kann was hier passiert also hier oben ist immer also im blau ist immer noch die Quellspannung die bleibt natürlich konstant 10 Volt und schwingt mit den entsprechenden Frequenzen und hier oben sieht man die Spannung über dem Kondensator das ist die die uns interessiert und jetzt sieht man die geht hier auch schon so ein bisschen aus dem Bereich raus weil wir jetzt natürlich so langsam in die Resonanzfrequenz reinrauschen und das ist die Spannung über der Induktivität die schwingt natürlich genauso weil die muss ja das entgegengesetzt sein bloß mit 180 Grad Phasenverschiebung das sieht man das passt auch relativ gut jetzt sind wir gleich wahrscheinlich ziemlich bei der Resonanzfrequenz und hier unten sieht man die Spannung über dem Widerstand und dann sieht man jetzt bei Resonanzfrequenz da ist die Spannung der Quelle entspricht genau der Spannung über dem Widerstand das war eben der Fall also schlecht ist das nicht aber es ist eben super super aufwandig weil wir jedes mal ich glaube 600.000 Zeitwerte simulieren eigentlich um am Ende nur die Amplitude zu wissen so und ein Problem sieht man hier also die Spannung der Kapazität hier sieht man es wunderschön die neigt so zu Überschwingern am Anfang also am Ende ist die dann so ein bisschen kleiner aber am Anfang ist die eben deutlich größer so und deshalb wenn jetzt diese Simulation dann mal fertig ist hier bestimmen wir das Maximum der Spannung an der Kapazität und bald ist diese Simulation ja auch mal fertig also dann sieht man schon da kommen jetzt größere Werte raus als wir in LTSpice simuliert haben ich kann ja mal das LTSpice Fenster hier neben packen und den Cursor drauf legen wir sollten bei 36 Hertz mit 30 Volt starten und wir starten hier mit 47 das ist natürlich irgendwie viel zu groß naja und woran liegt das das liegt eben daran dass die Spannung also dass wir hier am Anfang diese ganzen Überschwinger hier mitnehmen also hier am Anfang da steckt eben das Einschwing verhalten drin jetzt es kann sein dass das in der Aufgabenstellung auch so gefordert war dann muss man das tatsächlich so machen ja aber wenn einen nur die Spannung hier hinten im eingeschwungenen Zustand interessiert dann darf ich das hier vorne natürlich nicht mit auswerten also dann müsste ich gucken dass ich das Maximum dieser Kondensatorspannung zum Beispiel erst hier hinten in diesem letzten Sechstel oder so bestimme angenommen dass es bis dahin eben schon einigermaßen eingeschwungen ist aber das sieht ja hier ganz gut aus so und jetzt kann man eben gucken jetzt ist die Simulation hier zum Glück auch gleich vorbei und ich schaue schon mal rein ob hier irgendwo was steht so richtig schön steht das noch nicht also doch hier hier sieht man es also das sind wirklich 600.000 das muss man ja auch mal auf der Zunge zu gehen lassen so viel Arbeitsspeicher hatte mein erster Computer nicht mal also ziemlich viele Zeitwerte um am Ende dann eine maximale Amplitude daraus zu bestimmen so und um jetzt das nur für den eingeschwungenen Zustand hier am Ende zu machen und diesen ganzen Einschwing Vorgang hier vorne auszublenden können wir natürlich sagen wir nehmen das hier nur von dem 500.000 Wert bis zum Ende ja und also mal kurz hier die Werte gemerkt also Maximalspannung hier 221 da kann man mal gucken das passt glaube ich ganz gut mit der LTSPY Simulation überein ja da kommt 232 raus aber das ist vielleicht nach den 0,6 Sekunden auch noch nicht ganz eingeschwungen aber insbesondere am Anfang und am Ende ist das deutlich zu groß also noch mal auf 61 Hertz gucken dann sollten da 10 Volt rauskommen hier kommen 23 raus das passt irgendwie nicht so richtig gut so also klicke ich mal jetzt mit dieser Änderung hier wir werten nur den eingeschwungenen Zustand aus nochmal auf Run und hoffe mal dass das jetzt nicht allzu lange dauert ich mache auch mal dieses Scope zu weil ich hoffe dass das dann ein bisschen weniger Rechenzeit auf meinem Computer braucht weil er nicht jedes Mal diese Werte anzeigen muss so und jetzt sieht man jetzt geht das schon mal mehr in die richtige Richtung also vorher hatten wir mal hier 47 Volt oder so zu stehen jetzt sind das nur noch 31 ich kann ja mal hier nebenbei eben durch die Resonanzkurve des Kondensators hier scrollen also wir fangen mit 30 an in der LTSpice Simulation hier drüben haben wir 31 das passt relativ gut und dann bei 40 Hertz können wir mal gucken da haben wir hier irgendwie 58,1 da haben wir 59 in LTSpice das passt auch ganz gut jetzt sind wir bei der Resonanzfrequenz sagen wir mal bei also knapp unterhalb der Resonanzfrequenz bei 43 haben wir 167 186 186 passt perfekt bei 44,0 haben wir 222 das passt auch super gut also vorher habe ich die Resonanz genommen das war natürlich das noch ein bisschen höher so jetzt kann ich immer mal hier so live gucken also bei 50 haben wir 33 und hier irgendwie 31 ne auch 33 das passt ähm das nächste Ergebnis müsste 54 sein da sind wir ungefähr wie hier bei 19 bei 20 das passt also wäre natürlich geil wenn ich jetzt eigentlich die gleichen Frequenz Schritte hätte habe ich jetzt nicht ja 16 16 9 hier und 17 und und so weiter ich kann mal jetzt vielleicht zum Test sagen ich will hier wirklich genau 26 Schritte haben in dieser linearen Stufung und klicke mal nochmal auf Run das hat er nicht gemacht cancel also hier vorne das auf 26 geändert und nochmal simuliert und dann sieht die Kurve genauso hackelig aus und also jetzt hier durch das Modell gescrollt passt das also kann man sich jetzt im Replay kurz irgendwie die Werte anschauen bei 61 haben wir jetzt 10,6 und hier haben wir 11, also jetzt passt das auf einmal dann doch ziemlich gut überein so kurz zusammengefasst was war jetzt an diesem Livescript irgendwie alles falsch oder fragwürdig naja so wie die Werte hier oben aufgeschrieben waren war das eben ein bisschen schwierig diesen Fehler zu finden waren das jetzt nur 3 Millifarad oder 0,3 Millifarad ne wahrscheinlich eher 3 und eben Farad und nicht Coulomb ja dann passt das mit der Amplitude also das ist jetzt auch so ein bisschen verbastelt besser wäre es wahrscheinlich hier jetzt irgendwie dieses Proportionalitätsglied nochmal wegzunehmen hier muss die werden dann muss man das Ergebnis was aus der Simulation rauskommt in diese Outvariable schreiben um das überhaupt hier nutzen zu können und wenn man nur an dem eingeschwungenen Zustand interessiert ist dann ist es auch gut eben nur den eingeschwungenen Zustand auszuwerten und den Einschwingvorgang auszublenden und naja ich meine klar kann man das jetzt hier so ausgeben hübscher wäre wahrscheinlich noch das jetzt am Ende einfach mal noch zu plotten das kann ich jetzt ja noch mal tun als letzte Amtshandlung hier in diesem Video also plot fs und dann das max uc und das vielleicht auch wieder also erstmal kurzer Blick wie sieht das aus wo ist das Fensterchen gelandet das sieht so aus wie sieht die Kurve in ltspice aus die sieht jetzt irgendwie so dazu aus naja und die jetzt auch wieder logarithmisch skalieren also ein semi log y und dann nochmal irgendwie ein x label und y label dazu und vielleicht nochmal ein grid und dann sieht das diagramm in matlab so aus und das zugerüge in ltspice so aus und auch wenn ich die jetzt nicht direkt übereinander legen kann kann man sich doch schon ganz gut vorstellen dass das jetzt tatsächlich irgendwie die gleiche Kurve ist so also how not to simulate rein resonanzkreis und am ende vielleicht doch wie kann man es besser machen also rein resonanzkreis in simuling simscape simulieren im zeitbereich für verschiedene frequenzen wenn man nicht am einspringvorgang interessiert ist keine gute idee wenn man am einspringvorgang interessiert ist vielleicht eine ganz gute idee wenn man da jetzt noch irgendwelche nicht in jahren elemente reinbastelt dann eine super gute idee ansonsten einfach komplexen spannungsteiler oder ltspice aus